Was geht und herzlich willkommen zum fünften Part des Karrieremodus mit Real Madrid und ich wollte mal kurz mit euch hier die ganzen Spieler durchgehen, beziehungsweise die Standardspieler, die kennt ihr natürlich schon, entwickelt hat sich hier eigentlich noch keiner so wirklich, weil die Zeit natürlich auch, ja jetzt zu kurz ist, wir haben erst 3, 4 Spiele gemacht, von daher ist das natürlich klar, aber wir haben natürlich noch ein paar Spieler ausgeliehen und da konnte man die Werte natürlich noch nicht so beobachten, aber guckt euch mal den an, Mario Hermoso, der ist erst 20 Jahre alt, hat 91 Sprintgeschwindigkeit, 87 Antritt und das ist ein richtig guter Linksverteidiger und wenn der wiederkommt, der wird natürlich auch noch gut ins Team eingebaut, dann der hier ist auch nicht schlecht, Jesus Vallejo oder so, keine Ahnung, 71 Stärke leider nur, aber 73 Sprintgeschwindigkeit, Mario Asen, ne Marco Asenio heißt der, der ist auch erst 19 Jahre alt, auch schon ein richtig guter Spieler, also das heißt, noch ein paar junge Spieler, die sind schon ausgeliehen, und die werden natürlich wiederkommen und dann auf jeden Fall hat das einige, ja einiges am Potenzial mitbringen, ich war auch am überlegen hier den Spieler und zwar Lukas Vasquez, der ist schon 24, ist jetzt meiner Meinung nach nicht der beste Spieler, hat jetzt, ja bei uns auch noch nie gespielt, das heißt, ich kann ihn natürlich jetzt eigentlich auch nicht wirklich bewerten, aber, ja ich bin einfach dazu im Entschluss gekommen, dass wir den einfach auch mal, wenn ich auf, ach zu Leihe will ich das gar nicht, ich will ihn eigentlich von Leihliste streichen, genau, und dann, ach der ist erst kürzlich zum Verein gestoßen, das ist natürlich blöd, deswegen habe ich ihn auf der Leihliste, ja okay, Ausleihen können wir mal probieren, weil ich glaube einfach, dass der nicht wirklich so oft spielen wird, weil jetzt die ganzen jungen Spieler, die dazukommen, die werden natürlich dann Vorrang haben, egal, wir starten jetzt erstmal ins Finale des American Cup, wir können hier auch mit Inter Mailand spielen, was ist denn hier los, keine Ahnung warum, egal, wir nehmen auf jeden Fall mal hier die weißen Trikots, die hatten wir glaube ich noch gar nicht irgendwie, und Inter hier die klassischen Blau-Schwarzen, dann gucken wir nochmal auf die Aufstellung, so, wir probieren einfach mal fürs Finale eine 4-4-2-Formation aus, mit zwei Stürmern, ist auch mal interessant, und dann geben wir nochmal Benzema die Chance, vorne im Sturm dann Benzema und Ronaldo rechts, bei links, Rese Rodriguez, ach Rese Rodriguez, doch Rese Rodriguez, und hier im Mittelfeld Kovacic und Kroos, Kroos könnte auch nochmal raus, und da könnten wir nochmal, ja, wen könnten wir da mal die Chance geben, ne, ich denke mal, Kroos lassen wir drin, obwohl, wir tun mal Modric rein, der muss auch noch ein bisschen spielen, und, dann kommt natürlich wieder Varane rein, und, ja, komm, Ramos müssen wir auch mal reintun, Pepe muss jetzt auch nochmal irgendwann spielen, und Navas eigentlich auch, denn so langsam werden die alle natürlich ein bisschen ungeduldig, das ist klar, und ich denke mal, so ist das Ganze okay, aber würde ich sagen, starten wir ins Spiel, los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt hier im Finale, ihr wisst es wahrscheinlich noch, das Hinspiel ging ja 0 zu 0 aus, das war echt ein richtig umkämpftes Spiel, aber so richtig ging nix, aber ich muss sagen, wir haben uns natürlich auch in den letzten Spielen noch ein bisschen weiterentwickelt, so langsam habe ich mich natürlich auch ans Team gewöhnt, da vorne läuft auch schon Luka Modric, das könnte die erste gute Möglichkeit geben, wir versuchen es mal mit der Flanke, die kommt richtig weit, aber da stand Rese Rodriguez direkt mal parat, und hat ihn direkt mal hier schön Wolle genommen, der Typ war für mich echt der Spieler der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, zusammen mit Varane und Abner, das waren die drei Besten, die mir irgendwie so aufgefallen sind in der Vorbereitung, so, jetzt versuchen wir es nochmal direkt, komm, irgendwie schaffen wir hier den Start ins Spiel schon mal viel, viel besser, ah, und der hindert uns hier nochmal gerade an der Ecke, ich würde sagen, das machen wir hier einfach mal mit einem anderen Spieler, denn Luka Modric ist da eigentlich eher so der Spezialist, Ronaldo ist ja auch noch relativ kopfballstark, komm, wir versuchen es mal hier, die Ecke kommt relativ gut, und, ah, der kommt wieder zurück, und wir spielen ihn mal hier in den Hinterraum, da ist Pepe, der neue Mann, mal mit dem Schussversuch hier, aber, ja, Pepe ist natürlich nicht der beste Torjäger, das wissen wir natürlich alle, passt mit Benzema an den Ball, Inter Mailand hier echt immer beim Stoppen mit ein paar Fehlern, boah, Alter, außen nix, kommt so ein Schuss von Perisic, aber Navas zeichnet sich da auch mal direkt aus, aber, ja, ich weiß auch nicht, Kassia war meiner Meinung nach ein bisschen besser, also das wird schwer für Navas, vor allem, wenn da jetzt noch der neue Torwart Perin kommt, nein, das war nicht gut gemacht, das war echt nicht gut gemacht, der Pass kam richtig scheiße, aber das hat Ronaldo wenigstens noch gut gemacht, komm, Benzema, versuchen wir mal hier vorbeizugehen, es hat auch geklappt, aber der Torwart Handanovic ist natürlich auch ein richtig guter, und den hält er hier wieder, der hält echt den Gegner hier im Spiel, komm, Kovacic, nein, das war nicht gut gemacht, das war echt ein dummer Ballverlust jetzt hier von Kovacic, komm, hol den Divina, Seitenwechsel, Gesser Rodriguez, der hat, muss ich sagen, in diesem Spiel auch noch nicht viel gebracht, jetzt vielleicht mal Abner, komm, bring die Flanke rein, bring die Flanke, das kann nur abseits gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht, ja, das kann nur abseits gewesen sein, das war klar, ja, okay, da war Benzema ein bisschen zu früh reingelaufen, aber ich muss sagen, die Flanken von Abner, die kommen immer einfach so geil, wir gucken mal kurz, oh, das war, ja, okay, war doch schon ein Meter oder so, aber, ja, die Flanken von Abner sind echt immer richtig geil, der bringt die richtig nice aufs Tor, also, das, ich will nicht sagen, dass es Schwierigkeiten gibt für Marcello, aber ich glaube schon, weil Abner gefällt mir eigentlich richtig gut, und dadurch, dass Marcello natürlich die Vorbereitung jetzt einfach gar nicht mitgespielt hat, ist es natürlich auch so eine Sache, ne? Komm, bring die schöne Flanke rein, nein, Abner, schade, egal mit rechts oder mit links, die Flanken kommen immer richtig gefährlich von dem, aber jetzt, oh, man, bekommt Lalic die Chance, boah, jetzt zieht er natürlich dran, und jetzt, Pepe, komm, wir müssen mal offensiv spielen hier, ich weiß nicht, warum ich das nicht die ganze Zeit schon gemacht habe, aber das geht hier, glaube ich, eh in die Hose, ist das Spiel vorbei? Okay, komm, eine Chance gibt es vielleicht noch, wenn wir den Ball irgendwie schnell nach vorne bekommen, nein, Abner, ist das dein Ernst? Ey, Mann, was ist das denn für ein Pass gewesen? Ich habe durchgezogen, und eigentlich sollte der hier den Spieler schicken, egal, da kann man jetzt nichts machen, wir haben 1 zu 0 leider verloren, das Finale, ja, okay, es war wirklich jetzt ein bisschen Pech dabei, es war natürlich ganz allein meine Schuld, diesen Pass hätte ich nicht spielen dürfen da vorne, dann wäre es vielleicht in die Verlängerung gegangen, naja, egal, da kann man jetzt nichts machen, wir haben das Turnier leider dort nicht gewonnen, ist egal, wir haben auf jeden Fall den ein oder anderen Spieler gut getestet, und das war natürlich die Hauptsache, und jetzt können wir dann endlich mal hauptsächlich hier zu den ganzen Transfers kommen, und das ist natürlich das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, ja, die Abschlussberichte hier, Anderlecht, Thielemanns, die wollen 19 Millionen haben, das habe ich mir schon gedacht, das war um FIFA 15 Karrieremo, so, dass die eigentlich 16, 17, 18 Millionen haben wollten, aber der Typ, der wird sich so krass entwickeln, das sage ich euch, und Orsten hat akzeptiert, das heißt, nee, Augustin, was labere ich hier, Orsten, das heißt, wir können endlich mal den ersten Neuzugang festbestätigen hier, und direkt den zweiten Interrier, und zwar Perrin, und es wird endlich Zeit, und nach diesen ganzen Testspielen kriegen wir jetzt endlich mal die neuen Spieler, kommt natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt, na egal, kann man nichts machen, auf jeden Fall haben wir hier auch noch das Angebot von Schalke, dann können wir hier sogar noch direkt Sané verpflichten, 40.000 will der haben, boah, wir machen mal, ähm, künftiger Stammspieler, denn der Typ, der ist einfach richtig geil, ich finde den Typen richtig geil, ich weiß auch nicht warum, aber Marco Perrin hat auf jeden Fall akzeptiert, und Dragovski, alter, der Typ ist so hart umworben, jeder bietet irgendwie auf den, und zwar nur 3,7, aber, was haben wir geboten, 4,5, aber ich bin natürlich jetzt echt ein bisschen nervös, ich biete jetzt einfach 5 Millionen, komm, 5 Millionen sollten die dann eigentlich annehmen, und dann noch so ein Verein wie Real Madrid, da können die eigentlich nichts Nein sagen, denke ich mal, von daher sollte das eigentlich relativ gut klar gehen, deine Leistung, mal gucken, ob es, äh, ob es ganz gut war, Transfer, wir, ja, wir, ja, okay, wir haben natürlich noch ein bisschen dadurch bekommen, dass wir das Ganze jetzt gewonnen haben, es war natürlich nicht das Beste, der Verein wünscht sich natürlich immer über einen Pokalsieg, aber es kann natürlich auch nicht immer passen, Paul Nadi, der Abschlussbericht ist da, ist das der Abschlussbericht, naja, so krass ist der jetzt auch nicht, Jerome Prior, na, zeigt großes Potenzial, ich weiß nicht, könnte man vielleicht mal beobachten, aber so viele Torhüter brauchen wir natürlich auch nicht, das ist klar, und Spanien ist abgerast, okay, das heißt, den können wir hier direkt mal, Alter, geht doch weg, so, Steven Bergwin hat auf jeden Fall auch akzeptiert, das ist, glaube ich, auch ein richtig geiler Spieler, den hat eigentlich keiner so richtig auf der Kappe, keiner so richtig auf dem Schirm, keiner kennt den irgendwie, aber trotzdem nicht schlecht, der Kerl, und Angebot akzeptiert von Czerny, und ich glaube, der Typ ist auch nicht schlecht, 8000 Gehalt, das ist mal ein Gehalt, das ist mal okay, künftiger Stammspieler würde ich machen, und dann gucken wir mal, ich mache überall künftiger Stammspieler, mal gucken, ob die sich nicht hinterher beschweren, Neuverpflichtung auf jeden Fall, haben wir hier schon mal am Start, und Real Madrid, wir gucken mal kurz, und zwar haben wir natürlich jetzt einige Neuverpflichtungen, hier haben wir erstmal Augustin, 75 Sprintgeschwindigkeit, ist jetzt erstmal nicht ganz so stark, aber ihr habt es ja gesehen, wer das Spiel nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall mal das Spiel, wo wir gegen PSG gespielt haben, angucken, denn ich muss sagen, Augustin hat richtig krank gespielt, Perin kommt natürlich auch am besten, ja, mal auf die Auswechselbahn, obwohl, den werden wir auf jeden Fall gleich mal testen, den will ich eigentlich so gut wie als ersten Torwart direkt spielen lassen, weil, ja, der Typ ist einfach nur ein richtiges Talent, und 90 Reflexe hat der, also, da müssen wir gleich mal gucken, dass wir den irgendwie die Startaufstellung einbinden, dann hier Bergwien, mal gucken, ihr seht schon, 4 Stände Skills, 4 Stände schwacher Fuß, hatte ich ja schon mal erwähnt, also der Typ kann auf jeden Fall auch einiges, 82 Tempo, ist auf jeden Fall nicht schlecht dafür, dass der erst 18 ist, geht das auf jeden Fall voll in Ordnung, und, guck ich mal, ich sortiere das mal so ein bisschen so, dass wir hier oben alle Spieler haben, die noch das ein oder andere Mal spielen, ich habe jetzt hier noch voll viele Spieler, irgendwie will die sich keiner ausleihen, das gefällt mir irgendwie gar nicht, aber, ja, was soll's, kann man natürlich jetzt leider nichts machen, Rames Rodriguez, Danilo und, ähm, Marcello kommen natürlich auch noch wieder, das heißt, da haben wir natürlich auch noch den ein oder anderen richtig kranken Spieler, der uns auf jeden Fall noch, auf jeden Fall auf einiger, äh, auf einigen Positionen, ähm, unterstützen wird, Juan Bena haben wir jetzt hier auch noch, 20 Millionen hat er uns mal eben gekostet, aber das ist einfach einer meiner Wunschlieblingsaußenverteidiger, Wunschlieblingsaußenverteidiger, so muss das sein, Spieler führt auch Gespräche mit Hamburg, meine Fresse, den will jeder haben, das kann doch nicht sein, 5 Millionen haben wir eigentlich geboten, das sollte auf jeden Fall eigentlich reichen, aber ich weiß auch nicht, die machen mich irgendwie nervös, mit ihren ganzen Angeboten hier, die die bekommen, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 5,5 Millionen, das reicht jetzt auch, wenn die das nicht annehmen, dann kann ich auch eigentlich nichts machen für die, also 5 Millionen sollte auf jeden Fall okay sein, Juan Bena ist auf jeden Fall dann jetzt neu im Team, das gefällt mir auch richtig gut, und wir können auf jeden Fall gleich wieder trainieren, das werden wir auch nochmal kurz machen, Jorge Meche, der will 3,5 Millionen haben, Alter, warum fordern die immer so viel, 3,2 Millionen, komm, das soll auch zufriedenstellend sein, 18 Jahre alt, auch ein wirklich guter Innenverteidiger, aber jetzt auch nicht richtig krass, das ist Zuzuma, 16 Millionen, aber, ja komm, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger, beziehungsweise Nachwuchs-Innenverteidiger, und Zuzuma ist da meiner Meinung nach der beste, Sané hat auch schon mal akzeptiert, das heißt, da haben wir auf jeden Fall wieder 9 weiteren Jugendspieler, und M. Bolot auch endlich mal akzeptiert, für den haben wir einfach 16 Millionen auf den Tisch geblättert, aber ich hoffe mal, dass er sich das auf jeden Fall nicht entgehen lässt, hier die Chance bei Real, und endlich hat der Typ akzeptiert, und jetzt bekommen wir diese ganzen Spieler nach der Vorbereitung, ich verstehe es nicht, egal, was soll's, wir machen jetzt gleich mal das Training, das darf ich nicht vergessen, Czerny hat auch auf jeden Fall akzeptiert, nehmen wir natürlich auch direkt an, und gucken wir direkt mal hier, Geschäftsführer, Anderlecht, Angebot akzeptiert, Thielemanns kommt also auch, Alter, jetzt geht's echt Schlag auf Schlag, wir bekommen gerade jeden Spieler, das ist echt krass, künftiger Stammspieler, obwohl wir machen mal wichtiger Stammspieler, denn ich glaube, der will natürlich auch das ein oder andere Mal spielen, das lässt er glaube ich auch nicht so auf sich sitzen, langsam sind die ganzen Scouts fertig mit ihren ganzen Sachen, da müssen wir gleich nochmal erneuern, okay, wir müssen jetzt hier die Spieler sogar wieder neu hinzufügen, ich würde sagen, ich mache das Ganze mal kurz und cutte das, damit ich mal hier die einzelnen Spieler hinzufügen kann, so ihr seht schon, ich habe jetzt mal alle Jugendspieler hier reingetan, und jetzt habe ich das Ganze auch gecheckt mit dem Blauen, ihr seht hier, das Blaue bei Oedegaard ist, dass er sich schon ein bisschen entwickelt hat, und das Gelbe ist glaube ich, wie weit er sich noch entwickeln kann, und Oedegaard war auch so der einzige Spieler, den ich bislang schon einmal trainieren lassen habe, und ihr seht es hier, Embolo ist also schon fast auf 77, das geht jetzt relativ schnell, vor allem hier hinten bei Fernandes und Sané, die sind schon fast auf dem nächsten Level, kann man sagen, ich würde sagen, alles simulieren machen wir mal kurz, weil das Training ist jetzt nicht ganz so spannend, ich denke mal, das wollen auch nicht alle so von euch sehen, ich weiß noch nicht, was das ganze Training-Signal aufgebaut hat, nächste Woche kann ich wieder ein neues Training-Signal machen, C, C, B, C, B oder so, keine Ahnung, das heißt glaube ich auch, wie gut das Training war, oder wie gut die das Training abgeschlossen haben, ich muss auch glaube ich gucken, es gibt natürlich immer so Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel und schwer, ich glaube, ich darf die Spiele halt auch nicht zu krass überfordern, das heißt, ich darf natürlich auch nicht bei den ganzen Jugendspielern direkt schwere Übungen nehmen, weil das glaube ich auch nicht so optimal ist, Mere kommt jetzt auch, Alter, der will 30.000, ist der denn krank? Meine Fresse, die Spanier, die ziehen ja auf jeden Fall gut Geld an, wir gucken mal hier, künftiger Stammspieler, es gibt es denn hier auch sporadischer, künftiger Stammspieler, ich denke, ist denke ich mal bei den Jugendspielern, bei allen eigentlich angebracht, Chelsea hat akzeptiert, Zuma, Alter, wir kriegen jetzt hier echt einige Spieler, und da müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie überhaupt gleich noch genug Gehalt haben, aber das sollte, denke ich mal, eigentlich passen, und hier, Dragowski kommt zu uns, Gott sei Dank, der Typ will auch schon 35.000, das quasi für einen Ersatztorwart, da werden wir mal gucken, dass wir den vielleicht direkt wieder verleihen werden, weil, ja, ich kann natürlich auch nicht alle Spieler behalten, beziehungsweise, ich kann natürlich auch, den hier werde ich wahrscheinlich auch nicht so oft spielen lassen können, weil ich natürlich jetzt auch drei richtig gute Torhüter habe, ist natürlich klar, und ich will natürlich dann einige junge Spieler einfach schon mal verpflichten, um die halt wirklich dann halt weiter zu verleihen, das ist natürlich klar, darum geht es natürlich auch, Thielemanns kommt auch auf jeden Fall erstmal, und, Alter, das gibt auf jeden Fall hier nochmal eine lange Transfer-Episode, Thielemanns kommt, und Deutschland ist abgerast, aber jetzt gleich sollte sich das Ganze auch dem Ende zuneigen, und dann gibt es in der nächsten Episode noch den ein oder anderen Jugendspieler, den wir vielleicht für ein bis zwei Millionen kaufen, und dann das ein oder andere Mal einfach ausleihen werden, und, ähm, dann sollte sich das Ganze auch gegessen haben, dann ist unser Kader eigentlich, denke ich mal, soweit fertig, womit man auf jeden Fall dann richtig gut spielen kann, Dragowski hat auch ab zitiert, wir haben noch elf Millionen, das heißt, wir haben echt schon richtig viel verballert, wir haben jetzt ungefähr 100 Millionen für die ganzen Transfers ausgegeben, und ich muss sagen, einen richtigen Top-Spieler haben wir natürlich nicht unbedingt geholt, Transfer-Angebot für Kaelan Navas, ist jetzt die Frage, der ist 28 Jahre alt, und wir haben natürlich jetzt quasi drei Torhüter, Jungs, ich glaube, ich nehme das Angebot an, vielleicht nochmal ein Gegenangebot, und zwar, ja komm, wir machen mal 13,5 Millionen, denn so viel ist hier auf jeden Fall wert, und wenn die das bieten, dann würde ich sagen, können wir Navas abgeben, weil 28 ist der Typ schon alt, und Isco geben wir auf jeden Fall nicht ab, und so alte Spieler, ja, auf die Dauer kann man natürlich damit auch nicht so arbeiten, weil die natürlich nach und nach immer billiger werden, Zuma, minus drei Millionen, können wir das Ganze abgeben? Nein, jetzt müssen wir gleich erstmal warten, dass da irgendwie ein Spieler von uns verkauft wird, egal, wir machen nochmal kurz weiter, und dann gucken wir mal, ob die Navas nehmen, Scouting-Bericht für diesen Monat, jetzt kommt echt alles auf einmal, jetzt sind auch hier die Jugendspieler am Start, und hier sind schon einige dabei, mit einem richtig hohen Potenzial, ich mache es eigentlich immer so, dass ich bei den Jugendspielern eigentlich immer, ja, relativ viele verpflichte, weil es mit den Jugendspielern eigentlich immer relativ geil ist, zum Beispiel der hier, hat ein Potenzial bis 90, das heißt, wir verpflichten ihn einfach mal, vor allem momentan, unsere Jugendschule ist natürlich leer, das heißt, das ist natürlich gut, wenn wir da den ein oder anderen Jugendspieler einfach mal verpflichten, hier, der scheint mir ganz gut zu sein, der ist 1,52, warum sind die Brasilianer denn alle so klein hier, das ist echt unglaublich, 1,57, 1,71 ist der hier, den sollten wir vielleicht auch mal einfach nehmen, der ist wenigstens ein bisschen größer, und die beiden hier, 1,50, die sollten unbedingt noch wachsen, denn sonst, ja, kann man das Ganze natürlich auch nicht so krass gebrauchen, der nächste Scout ist auch da, da gucken wir hier nochmal, ein paar Deutsche, die sind, ihr seht es auf jeden Fall schon mal größer, das sind ja auch alles Torhüter, 1,80, 1,87 ist der Kerl hier, 17, kühlen, ja, den könnte man vielleicht auch mal verpflichten, der scheint mir nicht ganz so schlecht zu sein, und, den hier, 1,80, würde sagen, den verpflichten wir auch mal, den Rest, hier so, den Rest scouten wir einfach mal ein bisschen weiter, wie gesagt, am Anfang verpflichte ich jetzt natürlich, verpflichte ich natürlich einige Spieler, weil es ja jetzt, wie gesagt, am Anfang, ja, einfach auch darum geht natürlich, ein bisschen die Jugendkader voll zu bekommen, weil, mit diesen ganzen Jugendkadern, das finde ich eigentlich richtig geil, in FIFA 15, habe ich da teilweise richtig viele junge Spieler hochgezogen, und das macht natürlich auch mal richtig Bock, wir haben hier ein Angebot, von, Manchester City, oh mein Gott, für Benzema, 51 Millionen bieten die, aber, wir haben natürlich eine schwierige Saison vor uns, Champions League und alles, und was es noch so gibt, das heißt, da brauchen wir natürlich einen breiten Kader, ähm, okay, anscheinend ist Navas weg, die haben sich entschieden, ja, die haben sich entschieden, Swansea City wird also Navas hier kaufen, das heißt, wir können dann gleich Kurt Zuma hier auf jeden Fall, ähm, verpflichten, mal gucken, Gese Rodriguez hat hier auch noch ein Angebot erhalten, aber, der Typ hat so eine krasse Vorbereitung gespielt, 14 Millionen, der Typ ist so unterbewertet, ey, der müsste eigentlich schon 30, 40 Millionen wert sein, der wird sich auf jeden Fall nur richtig, krass bei uns entwickeln, das kann ich euch versprechen, und jetzt müssen wir mal gucken hier, wann kommt denn endlich mal das Angebot für Navas, warum kommt jetzt so lange kein Spiel mehr, und die Vorbereitung eben innerhalb von 5 Tagen, 3 Spiele oder so, ist echt crazy, so, okay, wir gucken mal, wer ist das hier, Jose Lazo, ähm, ein Jahr Laie, wo geht der denn hin nach Elche, ich glaube, die spielen, zweite Liga, vielleicht auch erste Liga, egal, das geht in Ordnung, zweite Liga geht auch klar, vielleicht sind die auch in der ersten, ich weiß nicht, die steigen ja immer mal wieder auf, und immer mal wieder ab, deswegen kann ich da nichts zu sagen, Suche in Deutschland ist beendet, alles klar, okay, Navas wurde verkauft, wir haben 11 Millionen bekommen, das heißt, was ist das hier, er hat noch einen Spieler, Nolito, Nolito ist 28, der zeigt mir einen Spieler, der 28 ist, was will ich damit, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier, ähm, der Transfer, mit Kurt Zuma, Alter, ist der weg, wo ist der hin, da unten ist er, da unten ist er, mal Angebot zurückgezogen, wie, weil wir uns, ach so, okay, hier, zack, wir müssen das Ganze nochmal bieten, was hatten wir eben gemacht, wichtiger Stammspieler, glaube ich, ich denke mal, das sollte klar gehen, Mann, oh Mann, der ist aber auch ungeduldig, zieht sofort das Angebot hier zurück, weil wir uns nicht gemeldet haben, hat ein bisschen rumgeheult, egal, wir können gleich auch nochmal trainieren, Angebot akzeptiert, so leicht geht das, jetzt haben wir noch 7 Millionen, beziehungsweise knapp 8, dafür können wir dann noch den ein oder anderen Spieler kaufen, wir gucken jetzt gleich nochmal hier, in unsere Mannschaft rein, und zwar, ja, sollten wir jetzt auf jeden Fall noch den ein oder anderen Spieler neu dazubekommen haben, das ist auch so, wir ordnen die jetzt erstmal alle hier an, Zuma mit einem 77er Rating, und der Typ hat einfach schon 77 Tempo, das hat sich sowas von gelohnt, den zu holen, Mbolo, 87 Tempo, also, das ist nicht schlecht, dann hier dieser Dragowski, mal gucken, also der wird, glaube ich, auch ein richtig guter Torwart sein, dann haben wir noch Thilemanns oder Thilemon, 5 Sterne schwacher Fuß, so wie sich das gehört, Sané haben wir hier noch, leider keine Forster-Skill, 86 Tempo, das geht auch klar, da haben wir hier diesen guten Mere, 61 Tempo nur, aber, ja, der kann sich auf jeden Fall noch entwickeln, da bin ich mal gespannt, da haben wir hier noch diesen Czerny, wie viel Tempo hat der, 83 hat der Skills, leider nur 3, aber ich denke mal, das geht in Ordnung, und sonst, ihr seht schon, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast 9, wirklich gute Jugendspieler dazubekommen, und hier haben wir natürlich auch noch ein paar Spieler, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Episode noch den ein oder anderen Jugendspieler direkt mal wieder ausleihen, weil wir haben jetzt mittlerweile so viele Spieler, die können wir halt nicht alle spielen lassen, das war natürlich von vornherein klar, aber ich will dann, wie gesagt, den ein oder anderen sichern sozusagen, und dann wieder verleihen, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, ich hoffe es hat euch gefallen, ich glaube im nächsten Part müsste es dann auch mit dem Saisonstart anfangen, macht's gut, lasst ein Like und ein Abo da, macht's gut, und ciao!